das ja ja ich glaube es war aber zwei Kampaster sollten reichen unterwegs dann nachher ich hab acht Wasser natürlich die kleinen aber ich habe zwölf Wasser ja hast du eben schon erzählt das ist der absoluter Hammer weißt du das und sieben Bandages und sieben Antibiotika hier ich habe elf Bandages und dreimal Dx Bandage ich hätte davon euch nur einen aber gefunden jetzt nur in der Runde ne mhm gesamt hab ich dann auch noch ein paar mehr ja das natürlich war nicht so gut die Runde muss man sagen kann man wirklich also wir dürfen uns auch nicht beschweren ne bei der Runde auf keinen Fall ich könnte doch mal so ne schöne M16 mitnehmen hab ich auch eine und ne M4 hab ich noch und ich hab noch zwei M16 eine vollautomatische M4 die diese ja goldbraune eine M4 äh M4 Semi eine 5-7 eine B82 zwei Schrotflinten und nochmal die Pistole die ich habe und nochmal eine SIG Sauer P226 um ein bisschen anzugeben was ich so alles habe ne ja der ist rausgenommen so ich ziehe mir jetzt ich mache mein Latsch mache ich mir ja change backpack jawohl ich habe einen kleinen nur mit also nur ein Medium mitgenommen aber das ist der erste Charakter den ich mit Medium ausrüste ne ich lass bei mir jetzt erstmal den großen drauf weil ich sage ich habe ja auch die groß gefunden mit im Let's Play oder möchte auch im Let's Play weiter mit dem großen Umlauf okay das ist ein Argument würde ich mal sagen jetzt habe ich auch endlich mal ein bisschen was zu essen im global ja ich auch ein bisschen aber immer noch nicht viel muss man ehrlich sagen also ja okay sieben Can of Soup das ist das einzige was wirklich auch was macht ne zwei Ham ja gut sonst noch eine Chocolat Bar und sechs Oatmeal also sowas habe ich gar nicht also muss ich ganz ehrlich zugeben da hast du schon ganz ordentlich was ja mhm ja Leute hier sind die ganzen Reiter hier sind die Waffen drinne die Munition warum natürlich äh ausgerechnet bei den wenn wo oben das Messer das sind Schlagwerkzeuge nehme ich mal an oder so ja aber es gibt ja auch Messer und alles es kommt auch alles das sind alles die Nahkampfwaffen und da ist eine Flair dabei oder Glamlite genau genauso wie das Fernglas nicht beim Fernglas ist sondern beim Medic ja das ist auch der Hammer ey weißt du eigentlich dass ich 30 Bandages im Lager habe ja ich 21 und 8 10 und 1 Wäckchen oder Wäckchen oder wie ja da habe ich 9 5 Bandages DX 16 Antibiotika und 13 Binoculars ja und äh hinten wo das der Reiter ist mit dem Fernglas da ist gar nichts drin ne bei mir auch nicht das ist ganz komisch naja ja ja wir haben jetzt äh schon ganz schön spät ich würde sagen wir machen das mal so ich schreibe mir den den Charakter mal auf dass ich mal versuche mit dem nicht zu spielen aber ich habe nächste Woche äh eh eine Schicht wo ich eh nicht spielen kann ja dann passt das ja noch gut ich würde sagen wir beenden die Aufnahme es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir Tess wie immer ja und äh auch wenn das jetzt hier in der Aufnahme ist im Let's Play ich danke dir auch für heute Nachmittag kein Problem du weißt warum ne ja macht's gut Leute tschüss ich hab nur ne Pistole das ist so doof warte wir sind zurück zu einer weiteren Aufnahme Warset und heute ist es was ganz besonderes denn wir sind heute zu viert und bewaffnet und bewaffnet und wir wollen heute äh mal so richtig aufräumen ich seh schon 15 Minuten ja warte all Jungs verdammt ich geh mich jetzt schämen ich möchte wie wir machen das Ganze außerhalb der Safe Zone ja ich habe aber absolut ich hab auch kurz überlegt wie viel Schuss wo der Helm abhält äh ja ne keine Ahnung aber es sieht cool aus ja auf jeden Fall dabei ist der Test den kennt er ja schon und äh dann haben wir hier noch die Kiki und äh den Denny-san ich grüße euch alle und wollen wir mal gucken was wir reißen können ne Eva kennt sich die beiden im Vergleich zu uns besser aus und die beiden finden noch manchmal Waffen wie es scheint weil die haben hier zwei Maschinengewehre hey joh wir haben noch nie irgendwas gefunden während einer Aufnahme auch die Pistole aber das Pistole ist gut ja Pistole und der Hammer ist auch gut ja Hammer ist perfekt ich komme mit dem Hammer klasse zurecht ich liebe M4 ich liebe M4 Hammer ist doch ziemlich die beste Waffe im ganzen Spiel ne klassische Zombie-Töter-Waffe warte mal eben ja stimmt die Zombies ich werde mich ja auch noch mit einem Charakter ins Flugfeld stellen wir einfach nur den Hammer mit nehmen und einfach nur die Zombies abstarten mehr nicht Zombies abstarten das kommt auch gut ja für Geld da habt ihr jetzt schon 6000 Dollar zusammen ja ich bin nicht mal bei 1000 ich spare jetzt auf 6500 weil ich dieses verdammte Messer haben will ah und dann legt dich einer um und dann der freut sich ein Arsch ein Loch in den Arsch ja das macht er auch aber das Messer will ich trotzdem haben es geht um den Besitz ich werde es nie benutzen aber ich werde es besitzen also ich spare gleich auf irgendwas wie ein Schei äh hier so ein äh Visier oder so 75.000 weiß ich was die sau teuer sind aber scheiß drauf die Laser Sighting vorne dran sind freut sich einer richtig ja da musst du aber auch die richtige Waffe dafür haben natürlich aber zum Beispiel die AKM die AKM ist bei DayZ ist sie klasse das ist meine Lieblingswaffe genau Einzelschuss und dann gib ihm ja der hat auch ein schönes Visier ist perfekt spielt ihr beiden denn auch DayZ? ähm ich hab das früher mal gezockt ne Zeit dann ich hab das auch früher gezockt was heißt denn hier früher so lange gibt's das doch noch gar nicht naja schon so paar Monate ja aber das heißt doch nicht früher Leute was habt ihr denn was habt ihr denn für ein Zeitgefühl also mein Zeitgefühl das ist noch richtig gut ich weiß nur dass ich morgen arbeiten muss ja genau oder 3 ja weiß ich stimmt ja nein aber Schlaf ist für Anfänger habe ich gehört ja ja ich kann den Bus schlafen ja ich hab die Arbeit ich im Auto beim Fahrten ja dann habe ich glaube ich von allen am besten habe ich wieder eine Beifahrer ja ja ich kann morgen Abend erst ran oder ich muss erst morgen Abend ran dann wird angefangen wird zu spielen bei den anderen aber dann kannst du morgen früh während alle anderen arbeiten in der Schule sind mal nach da oben in dieses Dörfchen wo es so viel gibt und das mal richtig abstrahlen und im Leben ja viel Spaß oder eine Dörme er ist schon schlicht die Arbeitszeit oder Kindergarten zeichnet die Leute zu machen was denn noch locker zwei bis drei Stunden Zeit um alles abzugrafen von mir aus auch von mir aus könnt ihr auch die komplette Nacht durchmachen weil wir sind ein Drittel vom Server echt das Thema hat man vorhin schon mal ja da waren wir mit fünf Leuten online da waren wir auch ein Viertel vom Server wenn aber hoffentlich noch ein paar gehen ich möchte bewegen wir sind im früheren Spiele alle verreckt ja natürlich die Hammerleute müssten eigentlich vorgehen oder? eigentlich schon aber ihr seid alle so mutig ja hier ich meine Pistole hier ich könnte was zu essen gebrauchen ihr habt alle Maschinengewehre nur ich hab ne Pistole ich hab auch ne Pistole ich nicht und ein Maschinengewehr aber du hast auch Maschinengewehr wenn ich mal sagen die erste Seite die wir finden wird nie ne ach mir ist es egal ich schieß euch gegenwärtig ok ich nehme ich mit dem Boot ja mich nicht ich will ja keiner haben ja alles allesamt hier vorne in den Militärfahrzeugen da könnte auch wieder was drin liegen dann ab zu den Militärfahrzeugen ja ich schließe mal hier alles und ist da was drinne? ach ja ein paar Bandagen mehr nicht ich muss unbedingt mal was essen Gasmaske ich kann nicht da drin liegen lassen ja Oatmeal Oatmeal ist doch gut ne? das ist doch irgendwie ja das wirst du essen ja oh scheiße ich hab nämlich nichts mehr gut und versteckt das hier ab direkt vor der Werkstatt ganz da haben zwei Stück oh das ist nett Gasmaske er schießt oder er hämmen? er schießt er hämmen er schießt er hämmen hemmen weeeeee ok das war knapp jetzt hier ist ein Urbahnhelm ich hab Geld gefunden das ist gut hier in der Zone findest du auch Geld ja ja hier in der Zone und alles Richtung Flughafen und alles Richtung Flughafen ja ich hab mich einfach mal dabei der Nagel ist versenkt du Arsch eif der Sticher so da wollen wir was essen ich teste mal kurz die Reichweite von dem Gerät hier von welchen? von meinem von meiner AKM ich hab die noch nie ausprobiert ich fand die nur immer ziemlich cool sie zu haben die kommt immer wieder bei mein kompletten Waffen oh ich war ganz schnell da wurde geschossen aber das war hier ja ähm Alf du brauchst du was zu essen ja komm mal her danach solltest du aber voll sein hast du auch einen Schluck zu trinken? ja ich glaub jetzt haben wir alles auf uns angezogen ich muss mich auch voll zurückhalten nicht zu schießen und wenn du einfach direkt vor dir kommt dann oh das sind 2-3 mal gehabt dass ich fast jemand in den Kopf geschossen hätte super die macht richtig viel Essen ist wirklich super was gibt es eigentlich in Camp Splinter war da schon mal einer von euch erfolgreich? ach das ja aber also bis jetzt hab ich noch nie was also ich hab mal ich glaube mal irgendeine Maschinenpistole oder sowas jetzt in der M5 oder sowas hab ich mal gefunden ist auch schon was in Clearview gibt es ja auch diesen Militärteil da davon ja da gibt es auch nicht wirklich viel aber in Clearview war ich mein Leben da noch nicht also so weit hoch bin überhaupt die obere Hälfte habe ich überhaupt noch nicht abgesahnt ja da gibt es eigentlich nur Clearview der Rest ist eigentlich ziemlicher Dreck ganz oben auch Dreck oder was? weil auf andere Seite nicht wie der Tunnel kommt ja wir wollten erst nach Monten, oder nicht? ach ja stimmt ja ich sehe auch auch mal sehen ja war denn einer von euch schon mal ganz oben? ja ich ja und? ist nicht so tolles ne nicht wirklich abgestütztes Hubschrauberfrag, da findet man meistens ein Maschinengewehr aber meistens soll das was will ich das so ein bisschen ich habe da eine breche Gasmaske gefunden das war's ich finde immer Maschinengewehre ich auch Leute das gibt es gar nicht echt haben wir genau die richtigen wieder gefunden ja ehrlich richtig das gehe ich doch immer zum Flughafen weil es im Flughafen drei abgestützte Hubschrauber gibt da gibt es immer Maschinengewehre drin nicht wirklich da gab es dreimal irgendwelche Hälberchen und da kann man auch Becher und kann drei Gasmasken geben du hast recht oder zweimal Gasmasken und eine Bandage als ich vom Flughafen wegging nach drei Servern hatte ich mit viel Glück eine M16 und ansonsten nur Essen, Trinken und Helme gibt es eigentlich auch Munition für die M16 oder ja weiß ich nicht noch nie gefunden da sind die ganz normalen Standard-Mac ok von Mosbeck immer im Supermarkt genau wie die M9 Magazine also 9mm Magazine das ist ja der Komiker seit wann gibt es im Supermarkt Munition wie immer also ich kaufe wie meine Munition immer im Supermarkt ich auch hier so bei Rewe oder so einfach nochmal ein paar neue Träger reinpacken dann nochmal auf meine M4 man darf halt nicht vergessen dass das Amerika ist ja 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 das unterscheidet das ganze ja von DayZ auch ne wenn du dir das mal so anguckt hier mit den Bäumen und das alles das ist alles ja das ist alles ja und es wirkt auch authentischer mit den Zombies und allem drum und dran bei DayZ wirkt das immer so ein bisschen so ja ja weil die auch nicht wirklich hübschlaufen ja weil die so glitschende Zombies die ganze Zeit links rechts und ruckzuck auf dich zuspurten genau wobei mir natürlich die Grafik irgendwie besser gefällt bei DayZ also mhm die Grafik ist auch schön also als bei DayZ ja 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 gut es sieht halt authentischer aus find ich das halt immer so dieses Gefühl dieses äh dieses äh zeitlos dieses vorlautmäßige ja genau vor Ort bin ich auch ein riesen Fan von ja doch kann man gut zu spielen ja wenn ich erste zweite Teil waren die besten 3-4 mal noch nicht wirklich nie gespielt aber ich hab drei gespielt da war ich auch noch sehr jung dafür dass ich vorlaut gespielt habe und jetzt habe ich Vegas gezuckt Vegas war auch ziemlich geil ja das stimmt aber auch nicht schlecht 3 ging so 1 und 2 hat halt nicht mehr diesen Humor weißt du dieses äh lustige Ehe die hab ich nie gezockt wir können hier oben rechts am Bergen lang gehen ja kennt sich wieder einer sehr gut aus ja ich kenn den Berg aus nämlich ich mittlerweile auch die sind Gras bei ihm gehen die jeden hier muss aber nur einmal Rasen gemäht werden und dann zieht sie wieder anständig aus jetzt kommt das deutsche wieder durch jawohl weh mal deinen Rasen wie sieht das denn hier aus ja 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 wenn man hier oben lang geht dann ist man auch ein bisschen geschützt auch das Unkrot hier nur weg machen genau Straßkehr hat wir sie Rasen äh Dümer sehen streuen was auch immer ich wart eh nur drauf dass da vorne irgendwo ein Sniper sitzt und alle vier erledigt ja ja ich wärs so gewohnt also ich auch auch mittlerweile macht es ja immer so wenn ich mit mehreren Spielern immer ein Stückchen hinten gehe dann werden erstmal die anderen weggesnicken und kann nicht gucken von wo geschossen worden ja meistens überleben aber die die vorne weg gehen überleben meistens ja bei einer großen Gruppe nicht mal so eine Frage Wurdet ihr schon mal von den Cheetah gekillt? ja andauernd 150 mal schon also hier der eine der letzte hat mich einfach in irgendein Gebäude teleportiert und hat mich dann da drin erledigt ach ja der eine der kam mit Noclip durch die Wand Kollege Schieß auf den doch stimmt Noclip hatte ich auch schon einmal ist wie Wallhack genauso geil ach ich find das unmöglich der seltsamste ähm Daisy Cheater oder Hacker den je hatte der hatte nur ne Axt und ist wieder in mir hinterher gerannt aber ich konnte ihn einfach nicht töten ich hab 5 oder 6 Magazine ihn reingedrückt wow und der ist bluten weiter das hat ihn nicht interessiert der hat einfach mit der Axt weiterverfolgt ne ähm Daisy ich hab nur ne ähm Hacker Waffe habt ihr schonmal so einen Infizierten gesehen? also so einen richtig Infizierten wo man dann die Blutprobe irgendwie nehmen kann und so? nö auch noch nicht hä? kann man das? ja dafür sind doch diese CO1 Behälter da ah ok ich hab noch keinen Sinn von denen gefunden gehabt ich hab mal letztens die CO1 Behälter an dem Kumpel aber dann sogar noch keine Ahnung ich hab noch einen da